Wir denken an Anna und Georgi Bagratuni aus der Ukraine, Sebastian Berlin aus Deutschland, an Nada Zizma aus der Tschechischen Republik, an Fabrizia Di Lorenzo aus Italien, an Dalia Elia Kim aus Israel, an Christoph Herrlich, an Klaus Jakob, an Angelika Klösters, an Dorit Krebs, alle aus Deutschland, an Lukas Orban und an Peter Völker aus Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020